ihr lieben recht herzlich willkommen zu einer schönen neuen folge gestation simulator hier bei uns auf dem kanal und ich konnte das problem mit hilfe der community ist das laut lösen dieses radwechsel problem der liebe one swiss pixel hat nämlich geschrieben wenn du das auf controller unterstützung um schaltet dann funktioniert alles wieder so bitteschön so was muss man machen du hast eine neue mail und ich habe zwei leute an der kasse sehr schön pass auf neue mail was ist denn hier los deswegen scheint der laden wieder zu laufen im moment kommt irgendeine lieferung ach ja mein sprit der sprit ist doch schon durch es kommt jetzt der abfall ok so pass auf aktualisierung was soll ich denn aktualisieren deiner meinung nach da 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 fällt im besitz macht doch mal weg so die waschanlage wir holen uns die waschanlage 1000 dollar aber sowas von ist das schön oh wie ist das schön ich habe noch mehr e-mails verbürzt sie noch von mir landebahn bildschirme okay das hat man ja in der letzten folge schon gekauft lukhafen manager hallo partner ich werde dir ja was ich werde dir kurz neue funktionen deines wunderbaren kommunikationsgeräts vorstellen haben wir auch schon alles gab lukzeuge betanken können wir auch und handeln erkläre ich euch noch mal nebenbei so kunde an werkstatt es geht wieder was denn hier los ja macht doch mal hin hier und ach ich bin schon da ich kann dir doch den alten reifen von letzten noch nie lieber nicht nur ja getroffen so hat schön es funktioniert wieder doch da musste aber auch mal drauf kommen dass da die controller unterstützung aktiviert werden muss damit das wieder funktioniert will der ja so im traum nicht so wie schaut es denn aus hast du noch was kaputt ist ist der kaputt ja okay da jetzt gar nicht also ich hätte noch benutzt weil man muss ja heutzutage bei den preisen musste auch ein bisschen sparen schlomm 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 sehr schön hast du noch einen kaputten nö der ist in ordnung so dann haben wir noch ein bisschen lack barfuß oder lackschuh was noch der spiegel so muss sich ja um alles selber kümmern hier ne und an waschanlage und schon geht's los aber thanks a bunch zurück mein freund so gut da wo das müssen wir doch glaube ich erst anschalten oder so links shift oder mal eckel drehen haben wir schon gemacht eckel tauschen darf was niedriger druck ja das hast du öfters im hohen alter niedriger druck niedriger druck wir müssen irgendwo hingehen um das ganze warte mal ob das war da hinten drin kann wird kümmer da schon rein wieder ist eigentlich noch zu heißt zu aktuell hatte mal irgendwie sagt er mir doch was ich jetzt tun muss und der an kraftstoff kunde an kasse jetzt flippen die hier gerade alle aus was will er denn noch von mir leute sammle genug geld um baupläne zu kaufen bla 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 so warte mal aktualisierung was machst du denn wir sollen irgendwas kaufen ich sehe es noch gerade nicht das lager meint er vielleicht hier erst wird technisch du hast nicht genug baupläne um das upgrade zu bezahlen ja warum zeigst du es mir dann an du eierkopf warte mal was hast du schönes für mich ja handel ich hätte gern das und ich habe aber nichts außer sonnenbrüllen ist das okay für dich sehr hoch nein so 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 jetzt handel grazia senorita so jetzt aber pass auf aktualisierung erst jetzt ist er zufrieden verschiebe zufälliges verschiebe zufälliges gegenstände zum neuen flughafen transfer hinweis halte tab gedrückt und wähle rucksack symbol und das inventar zu öffnen wähle dann option verschieben nach okay ein zufälliges ein zufälliges verschieben nach ja aufgabe erledigt da ist doch schön wir müssen noch mal rüber kunde an waschanlage ich habe zu niedrigen druck ja aber wir müssen erst mal wirklich jetzt gucken dass wir die waschanlage in betrieb kriegen wo ging denn das da lang das war doch hier oder hier geht es noch nicht okay wir müssen nämlich erst mal schauen dass wir in die kanalisation reinkommen wo war denn das war doch hier hinten weil normalerweise zeigt er mir das an aber irgendwie hat er schon wieder kein bock okay das ist noch kaputt hier also hier müsste man normalerweise rein aber irgendwie hatte jetzt eine lust mehr das zu geben warum auch immer wurde jetzt schon wieder der wurm im system ich weiß es nicht dann lasst uns erst mal ganz schnell den kunden hier machen den kunden und dann habe ich auch schon wieder keine reifen mehr hast du toll dann können wir das ding gleich wieder zumachen schnopp schlomm 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 haben wir noch einen ja wir haben noch einen jetzt wird es dann knapp nur da 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 kaufe ein spezielles regal für premium erfrischungsgetränke mit hilfe deines pcs immer noch nicht fertig die tür jawohl machen wir noch schnell die tür und was noch noch ein reifen da hast du jetzt aber glück ein hat man doch aber jetzt ist dann durch schlomm 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 ja ich finde es auch nice mein freund warte mal wo haben wir denn den müllsack da ist ja schon ganzer berg von altreifen so perfekt jetzt müssen wir ein schnelles regal kaufen wir haben 603 okay und zwar einrichtung da premium getränke da aufgabe erledigt na gott sei dank so pass auf wenn ich das jetzt aber hinstelle ja man die leute gleich alle wieder rum wir kennen sie ja die kunden sehr schön ich habe natürlich nicht premium getränk regal alles leer ja da müssen wir dann später machen so warte mal nimm eines der premium erfrischungsgetränke aus der ladung des piloten ja 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 ich bin unterwegs da 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 der ist noch gar nicht da und ich glaube ich muss erstmal dieses tutorial durch machen damit ich dann mit der waschanlage weiter kommen weil das macht ja irgendwie hat keinen sinn normalerweise muss ich da hinten rein durch die kanalisation rennen und dann komme ich dazu so einem krokodil und dann kann ich da den druck wieder erhöhen so pass mal auf du gehst erstmal da rein was war das jetzt kanadischer whisky und zwar hätte ich gern acht stück dafür kriegst du ein paar zier retten sonnenbrillen ja komm ja bitte schön den habe ich aus versehen jetzt ein bisschen zu wenig spritt gegeben ja kann passieren im eifer des gefechts und jetzt hauen wir den ganzen bums hier rein okay das hat wohl nicht geklappt nimm eines der premium erfrischungsgetränke aus der ladung des piloten ach so suche nach brasilianischem oder kolumbianischen kaffee älter schwede so was macht man jetzt hier warte mal wir müssen doch irgendwie niedriger druck ich komme hier nicht weiter gerade im moment machen wir aus aufgabe erledigt okay ja reichte das schon das ist ja herrlich kunde an werkstatt kann ich gar nicht bedienen ach verdammt habe ich vergessen zu zu machen nein 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 warte mal managment zack aus die maus so du kannst wieder fahren dankeschön dass sie uns beehrt haben kommen sie bald wieder so nimm eines der premium erfrischungsgetränke kriegst du nicht hin weil ich habe keins ach so warte mal ja erhob mich nicht an das zeug ist auch schon wieder alle okay so ich habe nämlich jetzt hier irgendwie ein zeug mehr haben wir auch nischt mehr da haben wir das rein jetzt haben wir gar nicht mehr aber dann mal wir nehmen noch mal davon ein bisschen was und dann darf ich schon wieder shoppen gehen ohne ende weil ich habe glaube ich kein kram mehr nur so da 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 hier stinkt schon wieder alles niedrig wasserdruck leute ich würde es ja gern machen aber ich krieg's nie er will mir das nicht geben dieses ding dahinten er blockiert das noch im moment aufgabe erledigt keine ahnung warum jetzt geht's oh man ey irgendwie hat er doch schon wieder ein hängerchen nicht wahr man falsche weg das mal falsche weg da 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 wupsi so weg damit alles aus dem weg jetzt lass mich da durch so war doch mal wo lang ja Tür verschlossen. Finde einen anderen Weg. Jawohl. Hier hat einer Kaka dran gesprüht. Oh. Sehr schön. Jetzt haben wir die Tür aktiviert. Ich hänge ständig hier irgendwo fest. Jetzt suchen wir da noch mal. Ja. Na, siehste. Mann, 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 Mann. Iiih. Das wart ihr doch, oder? Da war oben einer auf dem Klo und jetzt... Also, ehrlich. Hey, bleib ruhig. Hier gibt es nämlich gleich ein Krokodil. Mann, Mann, Mann. Stellt euch mal vor, man müsste jetzt hier wirklich jedes Mal... Das war falsch. Hier diesen Weg lang gehen, nur um den Druck zu ändern. Das wäre ja echt brutal. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, was hier los ist, warum ich hier überall festhing. So. Auch falsch. Man will mich hier einer verarschen. Was ist denn hier los? Hä? Moment. Selbst in so einem Spiel verlaufe ich mich noch, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ei, ei, ei. Okay, hier durch. Und jetzt... Komme ich aber hier... Doch, okay. Aufgabe erledigt. Na, das ist toll. So, da hinten ist August. August, der Alligator. Hier, komm, friss. Wir müssen nämlich jedes Mal... ...das Zeug hier rausräumen. Und das müssen wir halt so lang machen, bis wir die automatische Waschstraße haben. Hier hat dann andere... ...so Ventilzeug. So. Ventildruckskampf, keine Ahnung. So. Na, siehste. Jetzt haben wir wieder Druck auf der Leitung, Leute. Das ist doch nett, oder? Na, schau. Okay. So. Wunderschön. Und jetzt können wir nämlich hier hochgehen. So. Sehr gut. So, und das ist jetzt dann unsere Abkürzung. Wenn ich nicht die Leiter hochrennen würde. Sehr gut. So, und jetzt können wir die Waschstraße wieder öffnen. Und alles ist super. Ah, jetzt darf ich bestellen. Landebahn 1. Jawohl, machen wir. So. Und jetzt brauche ich ein paar Premium-Getränke. Auch noch von dem. Pass auf. Machen wir gleich mit. Zack, ich habe kein Benzin mehr. Leute, was ist denn heute los? Heute ist mein Tag. Heute ist eindeutig mein Tag. Ah, ich flipp aus. Flughafen. Bestellen. Tankstelle. Bestellen. So, jetzt habe ich noch 252. Müsste eigentlich mir irgendwas noch kaufen. Weil ich habe ja kaum noch irgendwas. Oh Gott, ey, Leute. So, wir müssen jetzt langsam mal wieder auf den grünen Zweig kommen hier. Und während wir das tun, könnt ihr ja... Ah, nö, ist noch genug Zeit. Wir haben noch genug Flugzeit. Ich dachte, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Nein, sind wir noch lange nicht. Mensch, ist das gut. Also werden wir jetzt ein bisschen Geld verdienen. Über die Waschstraße. Denn die Werkstatt ist ja momentan zu. Wir können keine Reifen haben. Wir haben keine Reifen, Leute. Wir haben nichts. So, jetzt aber. Genau, fahren Sie bitte durch zur Waschstraße direkt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wird hoffentlich ein bisschen Geld verdient. Da, 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 da kommt die Lieferung. Jawohl. Da drüben stehen sie schon. Warte. Wo ist er? Da. Komm. Jetzt gibt es Sprit. Endlich gibt es mal wieder Sprit hier. So, warte mal. Da ist er. So, Autowäsche. Nimm die Wasserpistole und geh zum Auto, nachdem der Kunde es verlassen hat. Halt die linke Maustaste für Wasserpistole gedrückt. Die Breite des Wasserstrahls änderst du mit dem Maus-Scroll-Button. So, da haben wir den. Und los geht's. Das muss man auch nicht allzu genau machen. Die sind eigentlich relativ zufrieden, wenn man erst mal das Grobe wegmacht, ne? Junge Frau. Schönen guten Tag. Die sind, glaube ich, vom A-Team, ne? A-Team, B-Team. So, siehste, und schon haben wir 150 verdient. So schnell geht das. Ich finde das gut. Halt. Oh nein, da hänge ich wieder fest. Nein, 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 nein. So. Jetzt haben wir auch wieder Sprit. Ah, ist das schön. Tada. So, kommen sie rein. Udo, komm rein. Eieieiei. Hier kommt das schöne Bier. Hier kommt das schöne Bier. Ne, kommt's nicht. Tschüss. Ja, sobald wir ein bisschen Geld verdient haben, müssen wir sofort nachbestellen. So, wir können aber, wenn wir wollen, erst mal wieder das Flugzeug tanken, denn da gibt's ja wieder Sprit jetzt bei uns. Wenn's nicht viel ist. Aber erst mal ein bisschen. Wie viel hab ich denn? Oh, der zieht aber jetzt gut durch hier. I am an expert. Jetzt kann ich nicht mal mehr handeln mit ihm. Warte doch, ich will doch noch handeln. Bitte warten Sie. Warten Sie bitte. Naja. Der nächste kommt bestimmt. Da bin ich mir sicher. Hunde an Kasse. Warum ist hier, was ist hier los? Ach, er tankt grad. Okay. Dann ist das in Ordnung. Die wieder gegangen. Oh, keine Ahnung. So, wir müssen hier mal ganz fix sauber machen. Ihr seht da oben den Schmutzwert. Oh Gott. So, und was wir als nächstes brauchen, ist noch ein Angestellter. Und zwar einen, der hier ein bisschen sauber macht bei uns. So, alles wieder schick. So. Zack, zack. Uh. Na, immerhin ein bisschen. So, hier haben wir nüscht, ne? 952 haben wir schon. Hunde an Kasse. Jawohl, ich bin da, ich bin da. Und jetzt gibt's gleich wieder 150. Ist das toll? Leute, das ist toll. Ach so, war noch nicht fertig. Höhöhö. Hm. Fertig? Ja. Wenn man das so wie beim Powerwash Simulator nur den Schlauch benutzen, äh, bewegen könnte, das wäre sehr cool. Das wäre auch fürs Zuschauen, glaube ich, ein bisschen besser. La, 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 la. In der Wüste wird gespritzt. Uhu. Hm. Das sind jedes Mal 150, ne? Da, ihr habt's gesehen. Und wieder 1.122. So schnell geht das jetzt. Ist das schön. So, Leute, jetzt werden wir noch ein bisschen was bestellen. Was hat er denn rumgemeckert? Also, wir brauchen irgendwie alles, ne? Autopflege, Getränke, Snacks. Haben wir Snacks? Nein, haben wir nicht. Ui, ui, ui. Na gut, dann lasst uns mal shoppen. Lieferung. Produkte. Ein bisschen was günstiges. Alle holen. Auf jeden Fall. Zigaretts. Und dann mal schauen, haben wir denn genug Platz? Na, gute Frage. Schauen wir mal. Ja, bis 600 können wir. Und das Lager am Flughafen hat auch noch 500. Oh, ja, ja. So, Zeitung. Nehmen wir auch noch mit. Brillen können wir auch noch kaufen. 30 Stück. Hüte. Hüte sind immer sehr beliebt bei den Piloten. Oh, nee. Oh, nee. Ach, du Scheiß. Junge, bist du bereit? Ich hoffe. Gott, oh Gott. Party hart, Leute. Und wir haben ein Flughafen-Dingsbums. Warte. Da hauen wir lieber ab, hier. Das kann ja unser Junge machen, ne? Ja, ja. Feiert ihr. Feiert. Ich hab Stress und ihr feiert. Ist klar. Chat wieder. So, pass auf. Erfrischungsgetränke. Du hast gar keine Erfrischungsgetränke. Nachos, Muchachos. Äh, nö. Tschüss. Und wir müssen neuen Sprit bestellen. Und zwar für hier. Lieferung, Lieferung, Lieferung. Kraftstoff. Kraftstoff, yeah. So. Äh, Bestellung. Wir haben da 156. Komm, egal. Komm, zack. Reingeäumelt. Oh. Ja, jetzt wird ein bisschen Kasse gemacht. Ja, sehr schön. Ja, das Schöne bei der automatischen Waschanlage, da brauchst du dich um gar nichts mehr kümmern. Die fahren da rein und du siehst immer nur die Kasse klingeln. Das ist immer schön. Es sei denn, der Druck ist mal ein bisschen weniger. Ich gucke best, ob ich das auch alles ordentlich mache hier. Ich mache das schon ordentlich. Awesome. Sag ich doch. So, Lieferung. Ich komme. Die vermüllen gerade schon wieder meine ganze Bude da. Nein, damit. Du weißt alles, ja. Sechs Kunden an der Kasse. Ja, Hauptsache, der ist da, weißt du. Mehr ist erstmal nicht wichtig. So. Ihr kleinen Sputzfinken. Hör doch mal auf hier. Du musst doch mal. So, wir haben 383 Dollar. Achso, wir haben ja gerade viel gekauft. Ich habe mich gerade gewundert, wo ist die Kohle hin? Sehr gut. So, da haben wir nichts. Müllsack. Ihr seid so eine kleine Schweine, ehrlich. Schaut euch das mal an. Wir brauchen so einen kleinen Staubsauger. Weißt du, so einen automatischen, so einen kleinen Roboter. Das wäre cool. Hab ich reingelassen? Ja. Ja, gut. So, hier gibt es auch Sprit. Nehmen wir sofort. Und wir haben einen Flieger. Das ist gut. Dann können wir nämlich nochmal schnell gucken, ob der ein bisschen frisches Zeug für uns hat. Ne, das ist doch dieselbe von vorhin, oder? Nachos Bouchachos. Ich nehme mal hier ein paar davon. Sieben Stück. Und du kriegst dafür Chips. Die gibt es bei euch nicht. Ich weiß. Ich habe noch gar nicht getankt. Die wollte wahrscheinlich nur handeln. Könige Ahnung. So, Kunde an Waschanlage. Jawohl, ich bin da. La 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 la. Ja, und dann ist natürlich das nächste Ziel so schnell wie möglich neue Mitarbeiter. Das wäre so wichtig. Und das Problem ist immer noch, ich kann keinen Mitarbeiter hier einstellen an die Waschanlage. Das ist wahrscheinlich ja absolute Chefsache. Oder die haben das einfach noch nicht reingepatchelt, Spiel. Dankeschön. Kann ich das machen? Ja, ich mache das doch schnell. Kommen Sie her, ich mache das schnell. Zack, zack. Eis- und Sonnenbrillen. Du machst heute noch Party. Bitteschön. So. Rein damit. Dann haben wir hier Brillen, haben wir schon reingemacht. Jawohl. Hier hauen wir da rein. Dann haben wir doch das Zeug noch. Äh. Da ist nichts. Okay. Das muss dann auch noch ausgebaut werden. Hm. So, das ist voll. Sehr gut. Oh, wir brauchen anderes Zeug auch noch. Oh, wir müssen bestellen, bestellen, bestellen. Ohne Ende. Zack, zack. Okay. 745 Dollar. Eieiei. Wir schauen mal, was der nächste Mann kostet. Angestellte. Wohnwagen. 500 Dollar. Jawohl. Der dritte Mann im Bunde. Und den brauchen wir jetzt nämlich hier zum Putzen. Einstellen. Wer kann denn hier besonders gut reinigen? Du kannst, du kannst eins. Oh, der ist gut. Eingestellt. So, Planung. Das ist Kollege. Kollege Schlummschuh. Hauptjob. Pass off. Tankstelle reinigen. Jawohl. Nebenjob machst du bitte. Ich glaube, das gibt da einen Konflikt, oder? Mach mal nur reinigen. Und das machst du. Am Tag, ne? Du kannst die Schicht nur... Ach so. 8 bis 20. Ich glaube, das ist okay. Und bezahlen. Genau. Sehr gut. So. Na, da hätten wir doch schon mal ein bisschen was gemacht. So. Zack, zack. Sehr gut. Wo ist denn mein Sack? Ach da. Der wollte meinen Sack mitnehmen. Habt ihr das gesehen? So, wir räumen jetzt mal ein bisschen auf schnell. Und da kommt der nächste Flieger. Oh, ist das ein Stress. So, und wenn wir jetzt ganz schnell noch runtergehen, den Druck wieder herstellen von der Waschanlage. Das machen wir einfach hier. Upsi. Könnte wetten, hier liegt schon wieder einiges drin? Ja. Mam, 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 mam. Ach, das war nur das eine. Adio. Also, der ist lieb, oder? Der ist doch lieb. Boah. Na, schnapp mich nicht. So, da haben wir genug Druck. Wir können auch die Tür immer offen lassen. Also, das macht nix. Der haut nicht ab oder so. So, mach zu den Deckel. Nicht, dass hier da reinfällt. Ach, schön. Äh. Ricardo? Geht's dir gut? Würdest du bitte reinigen oder irgendwas machen? Ich lass das jetzt unkommentiert. Ich muss nicht immer alles kommentieren, wisst ihr? Ihr seht doch selber, was hier abgeht. Ich glaub, das ist irgendwie ein Geisterspiel. Hier stimmt doch irgendwas nicht. So, bist zufrieden jetzt hier? Komm, fahr weiter. Jetzt. Aua. Fertig werden. Dankeschön. So, Ricardo. Was machen wir jetzt beide, hm? Ah, Ricardo. Ricardo. Schicht. haben wir den jetzt zurückgesetzt, ja, ne? Ricardo, mein Freund? Wer ist denn von dir? Du bist Juan. Ricardo. Pass mal auf. Ricardo. Tankstelle reinigen. Das ist dein Job. Und let's fetz. Tschüss. 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 Der reinigt seine Lunge auf jeden Fall. Ja, das Spiel hat noch diverse kleine Macken. Immer noch, nach all den Jahren. Es ist schade, aber es ist so, ja. So, pass auf. Wir haben ein Landebahn-Dingens. Ein Flugzeug, meine ich. Wir haben eine Landebahn. Ja, die haben wir auch. Und jetzt werden wir ihn erst mal betanken. Weißt du, nach links einschlagen und dann nach rechts lenken. Es ist ja furchtbar. Ist ja wieder verkehrt in München. So. Pass auf. Jetzt geht's aber los. Erst mal tanken. Sonst vergessen wir das wieder. Und dann haut der wieder ohne Sprit ab. Hui. Perfekt, oder? Ich nehme mal das da. Zucchini. Nehmen wir mal davon. Oh, ich habe nicht viel, was ich anbieten könnte. Cerveza. Mal ganz vorsichtig handeln. Geht das? Okay. Ja, bitteschön. Dankeschön. So. Aber die geben mir irgendwie keine Erfrischungsgetränke. Die geben mir nur Alkohol. Und schon wieder 1400 Dollar. Ist das toll? Mensch, ist das schön, oder? Finden sie auch. So. Gut, oder? Ich finde das auch klasse. So, der putzt schön. Sehr gut. Ist doch nicht so teuer, der Kerl. Finde ich klasse. So, haben wir, wir haben immer noch nichts hier drin. Lager am Flughafen. Was ist denn das? Softdrinks. Ja, ja, genau. Das meine ich doch. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Egal. Premiumgetränke. Mehr ist das nicht, ne? Nö. Ich habe schon den Riechen hingebaut. Ha. Dekoracion, Senor. Interaktivsehenswürdigkeiten. Wir könnten auch mal wieder ein bisschen was bauen. Und zwar ein paar schöne Palmen. Ja, schaut doch mal. Oh, ist das schön? Hm? Das ist doch wunderschön. Ja, schaut euch die Palmen an. Oh. Sehr cool. So, der nächste Flieger. Kommt. Sehr gut. Und schon ist doch alles schön sauber hier. Finde ich klasse. So, wir haben 1272. Wir brauchen natürlich noch einen für die Nacht, ne? 600 kostet es. Besetzte Bodenwagen, 3 von 3. Ich kann doch nicht. Ich kann doch noch nicht. Okay, wir schauen mal nach den Reifen. Oh. Da hauen wir doch gleich mal 10 rein. Ja. Let's go, mein Freund. Da können wir nämlich die Werkstatt wieder aufmachen. Und hier unseren Angestellten, ihn hier, einem Nebenjob. Autos reparieren. Ja. Sehr gut. Schlabber, labber, labber. Oh, sehr gut. So. Und dann müssen wir halt auch schauen, dass wir nochmal nachbestellen. Hä? Was war das? Oh, ich komme. Aber jetzt ist das schon wieder so leise hier, ne? Och, das dauert ja nicht lang, oder? Bei diesem kleinen Auto. Oh, der ist ganz schön verdreckt. Äh. Äh. Ich mache mich ja selber nass. Wo waren sie denn? Sagen sie mal. Gibt es ja nicht. Das ist ja. Aber ganz ehrlich, wer würde 150 Dollar für einmal Wasch bezahlen? Guten Tag. Ja, komm. Der ist nicht da. Ich mache das schnell. Da da di da di. Eis ist hier auch sehr beliebt, muss ich sagen. Gerne. Gerne. Oder haben wir auch nichts mehr? Okay. Wie sieht es denn hier aus? Ein bisschen was ist noch drin? Gut. Oh, meine Lieferung kommt. Meine Autoreifen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, du auch dir, mein Freund. Was schön wäre, wäre, wenn man zeitgesteuert jetzt über das Management-System diese Läden hier auf und zu machen könnte, ne? Dass man sagt ja, von 8 bis 10 ist die Werkstatt geöffnet oder sowas, ne? Da, über das da. Kannst du nicht ändern. Kannst du nur auf oder zumachen. Mehr kannst du nicht machen. Finde ich blöd. Aber so ist das nun mal. So. Dann rein damit. Rein damit. Na, geh weg. Und da auch noch rein. Wird ja auch nicht lange reicht, ne? Aber naja, besser wie nischt. So, ab zum Flughafen. Und ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo auf die Folge und ein Kommentar. Und signalisiert Freude, dass es weitergeht mit dem Gäst-Station-Simulator. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge dieses verrückten Spieles. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.